In dieser Aufnahme geht es um Risiken im Zusammenhang mit dem Domain-Name-Service. Der Domain-Name-Service ist der Infrastrukturdienst im Internet und wird sehr häufig verwendet. Gerade jetzt, wenn man Webseiten aufruft oder zum Beispiel E-Mail schickt, finden immer DNS-Auflösungen statt. Das heißt, da werden ja dann Domain-Namen in IP-Adressen umgesetzt. Die Nutzer vertrauen diesen Dienst soweit, obwohl er wie auch andere Dienste schon vor langer Zeit konzipiert wurde und für ein vertrauenswürdiges Netz, also das heißt, bei dem man den anderen Leuten vertraut dann. Aber es kann hier auch Manipulationen geben, auch wenn bisher relativ wenige Angriffe bekannt gegeben wurden. Jetzt wollen wir uns hier mal ein Beispiel angucken, sodass das für Sie noch etwas anschaulicher ist. Also nehmen wir jetzt mal hier diese On-Campus-Webseite als Beispiel. Und auf die On-Campus-Webseite habe ich jetzt hier ganz normal mit HTTP zugegriffen, sodass im Hintergrund diese DNS-Auflösung stattgefunden hat. Und Sie sehen, hier sind auch Bereiche dabei, wo man sich jetzt hier anmelden kann, mit Anmeldenamen und Kennwort oder auch hier. Und die Frage ist jetzt halt, was ist jetzt die Konsequenz, wenn das DNS-Manipuliert ist? DNS-Manipuliert bedeutet ja, ich gebe einen Domain-Namen ein und der Domain-Name, der wird falsch aufgelöst. Ich bin da vielleicht mit einem falschen DNS-Server verbunden, also wo insgesamt nur Einträge drin sind, die von irgendwelchen Leuten da eingestellt wurden, aber die nicht vertrauenswürdig sind. Oder es ist Angreifern gelungen, auf einem eigentlich vertrauenswürdigen DNS-Server einige der Einträge falsch einzustellen. Und wenn das der Fall ist, dann könnte es sein, dass ich jetzt hier in meinem Browser halt ganz normal dieses www.oncampus.de eingebe und dann kommt auch die Seite, die sieht auch so aus, wie man sie sonst kennt. Und es ist aber jetzt so, dass das von einer falschen IP-Adresse ausgeliefert wird, das heißt von einem falschen Server. Auf diesem falschen Server, da können Kriminelle ohne großes technisches Wissen die Webseite nachgebaut haben, denn wenn Sie sich das nochmal überlegen, wie das genau funktioniert mit den Webseitenauslieferungen, dann erhält man ja als Nutzer den Code, der die Webseite dann darstellt. Die wird ja in meinem Browser hier so aufgebaut und ist sozusagen technisch gar keine große Herausforderung, so eine Webseite nachzubauen. Und wenn dann ein Nutzer, wie jetzt schon gesehen hier oben, einfach Login-Passwort eingibt, dann passiert das halt auf dem falschen Server. Das heißt, Kriminelle erhalten dann die Login- und Passwortdaten. Ja, dann um noch ein weiteres Beispiel hier mal zu zeigen, da gab es nämlich dann im Jahr 2011 einen bedeutenden Fall in diesem Zusammenhang, den DNS-Changer-Fall. Diese Manipulationen, die betrafen vier Millionen Benutzer und hier war es so, dass die Angreifer dann falsche, man spricht hier von ROG, DNS-Server installierten und es schafften, dass die Nutzer darauf geleitet wurden. Das passierte dadurch, dass im Internet ein Codec, also ein Video-Codec angeboten wurde und dieser Video-Codec hatte auch die angegebene Funktion, aber auch einen Seiteneffekt, mit dem nämlich die DNS-Einstellungen bei den Nutzern manipuliert wurden. Und ja, bei diesem Fall war es jetzt nicht so, dass das sehr auffällig war, sondern die Manipulationen betrafen jetzt nur die Werbung in gewissen Webseiten. Das heißt, wenn man sich die Webseiten angeguckt hat, dann hat man nicht die Werbung ausgeliefert bekommen, die auf diesen Webseiten standardmäßig vorhanden ist, sondern irgendwie andere Werbung dann. Ja, das war, wie gesagt, dann halt nicht sehr aufwendig. Und hatte auch dann den Nebeneffekt, dass es auch sehr lange gebraucht hat, das Ganze wieder aufzuräumen. Also es hatte sich dann eine ganze Arbeitsgruppe gebildet, die sich DNS-Changer-Working-Group nannte. Und was man hier auf dieser Zeitachse sieht, also auf der Webseite von dieser Working-Group, ist, dass es sehr lange gebraucht hat, das Ganze wieder aufzuräumen dann. Die haben immer dann festgestellt, durch Zugriffe auf diese DNS-Server, dass wie viele Nutzer noch immer davon betroffen waren. Es war nämlich dann so, dass das FBI sich entschlossen hatte, die falschen DNS-Server noch weiter zu betreiben, um die Nutzer nicht zu verwirren. Denn wenn man jetzt die falschen DNS-Server einfach abgeschaltet hätte, dann hätten die Nutzer ja gar nicht mehr richtig eine DNS-Auflösung vornehmen können. Und sie hätten dann quasi viele Dienste im Internet nicht mehr nutzen können. Und da hatte man Angst, dass dann viele das nicht nachvollziehen können, warum das ist, dass das durch falsche DNS-Server-Einstellungen kommt. Und insofern betrieb das FBI die Server dann weiter, aber natürlich dann mit korrigierten DNS-Einstellungen. Und hier sieht man dann, dass das monatelang dauerte, bis sich das langsam hier verbesserte. Also sozusagen, wenn Sie hier unten gucken, das ist so, müssen Sie ein bisschen schauen, das ist das amerikanische Zahlenformat. Das heißt, hier geht es immer dann um einen Monat weiter. Hier sind wir im November, dann Dezember und so weiter. Das zieht sich hin sozusagen bis in den Juli hier rein. Und es sind immer noch Hunderttausende von Rechnern, die die falschen Einstellungen hatten.